Neue Details sind aus dem Terroranschlag in Ankara bekannt geworden. Infolge dieses Anschlags wurden fünf Personen getötet, während 22 weitere verletzt wurden. Die Maschinenbauingenieurin bei Tuzas, Zahide Güklü, war Mutter von zwei Kindern. Sie wurde von den Terroristen getötet, als sie am Tor der Luft- und Raumfahrtindustrie ankam, um die Blumen abzuholen, die ihr Ehemann ihr zum Hochzeitstag geschickt hatte, berichteten lokale Medien. Innenminister Ali Yelikaya sagte, dass die beiden Angreifer, ein Mann und eine Frau, getötet wurden. Zwei der 22 Verletzten befinden sich in kritischem Zustand. Mehrere Schüsse wurden gehört, nachdem die türkischen Sicherheitskräfte am Tatort eingetroffen waren, in der Hauptstadt Ankara, berichteten lokale Medien. Ich verurteile diesen schrecklichen terroristischen Anschlag und wünsche unseren Märtyrern Barmherzigkeit, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan während eines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kazan, Russland. Putin, der Weltführer zu einem BRICS-Gitzel der sich entwickelnden Volkswirtschaften einlädt, drückte sein Beileid aus. Yelikaya sagte, dass die militante Arbeiterpartei Kurdistans oder PKK hinter dem Anschlag auf das Verteidigungsunternehmen vermutet wird. Verteidigungsminister Yasser Gula beschuldigte ebenfalls die PKK. Während noch niemand die Verantwortung übernommen hat, sagte das türkische Verteidigungsministerium, dass ihre Flugzeuge Luftangriffe im Norden des Irak und im Norden Syriens gegen PKK-Ziele als Reaktion auf den Anschlag durchgeführt haben, so Sky News.